Kannst du mal was Heller holen? Ja. Ich bin so glücklich. Ich hab jemanden kennengelernt. Diesmal ist es was Ernstes. Das spür ich einfach. Der ist so... Weißt du, der hält einem die Türen auf. Dankeschön, Schatz. Weißt du, was der hat? Nee, was denn? Der hat ne Dusche auf dem Dach. Oh, ich hab euch was mitgebracht. Guck mal, Marie. Schau mal. Du musst es mal so auf den Arm machen. Das kribbelt total schön. Guck mal. Hast du was? Ja. Find ich auch. Ihr werdet ihn bald mal kennenlernen. Der wird sich wundern. Die tollsten Kinder der Welt. Ja? Hat Becky dich angerufen? Nee, warum? Ich hab jemanden verletzt. Ach, Quatsch. Das wüsste ich grad. Aber der Handy war nicht an. Ja, aber nur kurz. Ich hab euch so vermisst, das könntest du dir überhaupt nicht vorstellen. Sollen wir essen? Sollen wir? Ja. Bringst du die Brause mit? Ja. Komm, Monsieur. Schmeckt gut, oder? Schmeckt gut, oder? Und was habt ihr so gemacht? Ich kann eine Schleife binden. Wirklich? Mhm. Zeig mal. Wow. Das ist ja toll. Woher kannst du das denn? Hat Jack mir beigebracht. Wirklich, Jack? Hast du ihn beigebracht? Das ist ja toll. Komm her. Toll Jack, toll. Jetzt haben wir endlich Ferien. Die machen wir uns richtig schön, oder? Mhm. Von Lindorf Sohn Manuel, geboren am 18. März 2008, verbleibt bis auf weiteres in ihrer Obhut. Der ältere Sohn aus einer weiteren Beziehung, Jack Lindorf, wird auf Antrag der Mutter in der Wohngruppe der Jugendhilfeeinrichtung Sankta Maria in Berlin-Nikolasier untergebracht. Dieter? Penis. Wer bist du? Tanja. Marc? Ja, ich bin Jack. Ist von meinem Vater. Liest du ihn auf? Nee, er ist tot. Und deiner? Weiß nicht, kenn ich nicht. Ich möchte meine Mutter. Komm mal, wir haben erst Eingewöhnung und dann kannst du deine Mutter sein. Dann werden wir genauso abgehauen. Hallo, hier ist Sanna. Ich bin grad nicht da. Das ist so eine Nachricht. Mama, hier ist Jack. Okay. Ich komm jetzt nach Hause, okay? Was ist denn mit Mama? Eure Mutter, die hat euch hängen lassen. Du lügst. Hallo, hier ist Sanna. Ich bin grad nicht da. Das ist so eine Nachricht. Du lügst. Hallo, hier ist Sanna. Ich bin grad nicht da. Das ist so eine Nachricht. Ich bin grad nicht da. Untertitelung des ZDF, 2020